Hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder mit Martin bei DayZ. Ich bin gerade hier in Crescino unterwegs, hatte natürlich mal wieder eine kleine Begegnung mit sehr vielen, sehr starken Zombies und danach noch mit einem versteckten Schützen, aber seht am besten selbst. Okay, bei mir ist definitiv niemand, weil hier sind überall Zombies in Crescino. Ah, sehr gut. In welche Richtung war denn das blöde Airfield? Wow, kaum bin ich im Menü, weit über 200 FPS. Ah, geil. Ich geh mal kurz in den AFK-Bereich. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ah ne, ich komm schnell, dann wieder online. Alles klar. Nee, bei mir springt das Spiel auch rum und da drauf hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Fuck, ey, was ist denn hier los? Fünf, sechs Zombies, keine Chance. Ich blute und alles ruiniert. Steck die, ey du Idiot. Rennen. Och man, mein schönes Olive-Tech-Ticker-Shirt. Meine ganzen Baretts im Arsch. Oh, ein Brett hab ich noch. Oh man, ich kann zuschauen wie ich verblute. Keine Verbände? Doch, aber fünf, sechs Zombies hinter mir. Aha. Ne ganze Reihe. Zum Kotzen, ey. Meine Klamotten werden nass durch mein Blut. Krass, meine Klamotten werden nass durch mein Blut. Jep. Kommt ja immer wenn du blutest. Jep. Kommt ja immer wenn du blutest. Ich bin tot. Mach keinen Scheiß, Alter. Doch, ich wurde erschossen. Fickt euch. Ja. Wo bist du gestorben? Direkt bei Krishino. Ich hab mich grad hingesetzt, hab mich verbunden, hab meine Waffe gezogen, auf einmal macht Wutsch. Und you are dead. Mosaik Mosaik Mosaik